und herzlich willkommen zu diesem neuen video hier auf meinem kanal heute und moin heute gibt es mal facecam aber leute ja ihr wisst schon natürlich gibt es einen smiley davor leute wie gesagt ich habe gedacht ein paar leute wollen von euch bestimmt mal irgendwie facecam hier machen schaut doch ziemlich professionell aus deswegen leute kommt da ein smiley hin leute ja und wir und ja wir werden heute mich probieren auf rang 20 max und simon auf rang 8 glaube ich ist es dann und leute ist dasselbe ungewohnt von der facecam also wie gesagt aber es kommt ihnen ich bin ja die kamera unten aber leute ich hoffe es wird cool und wie ihr seht ich habe auch wieder mein nummer ein mein altes aufnahmeprogramm mobizen das ging jetzt doch wieder da bin ich auch wirklich frohlich weil mobizen ist einfach irgendwie das geilste aufnahmeprogramm und ja weil die wird wahrscheinlich meinen finger ein bisschen sehen weil ich selber die felschen manchmal rüber kommen aber leute wie gesagt sind ich schlimm ich wollte bestimmt ein paar von euch leute mal facecam sehen und ich gebe euch jetzt einfach ein bisschen anders da die facecam sondern mit dem smiley da habt ihr euer facecam ich muss euch nicht zeigen deswegen leute es ist eure facecam die ihr sehen leute ich habe schon öfters so bekommen macht doch mal facecam da habt ihr euer facecam aber ihr müsst mich ja nicht erkennen oder aber es schaut schön cool aus irgendwie so oder was sagst du ja smiley leute ich lege mir noch fast den smiley immer eine hose eine hose leute werde ich ihn holen leute leute genau genau und wir müssen zu dieser box noch leute vielleicht ziehen wir was ich weiß es nicht also im live stream geht sowas nicht weil im live stream bei mobizen live kann ich leider kein sticker hinkleben aber sie und wie sagst du wie schaut es so weit aus soll ich es größer machen ich kann es auch größer machen leute wie ihr sehen könnt aber was ist so oder ja bisschen größer leute wie gesagt es ist selber ein bisschen ungewohnt aber ja ja aber wie er mich gleich angreifen das ist so nervig ja leute und eigentlich habe ich auch ein headset für meine videos immer auf aber natürlich wenn ich so machen dann das schaut ja irgendwie komisch aus das sieht sehr cool aus oder so ein zweimal mit so einem headset oh mein gott ja ja so teleisen die die sagen also also und ja Aber es schaut gut aus soweit, weil ich glaube, so was wollt ihr doch sehen, oder Leute? Da, Toxikum, Grüße gehen an dich raus? Du wolltest unbedingt Facecam sehen, da hast du deine Facecam, eine gute. Aber ich zeige euch halt nicht wirklich, ich halt nur mit dem Meile, okay? Jetzt haben sie ein Toxikum, das ist ein Toxikum, das ist ein Toxikum. Geh in deinen Stall und pick... Beide, beide. Was? Schaut doch gern bei Toxikum vorbei, Leute. Das war Jute-Partner, Assute, Ehrenmann. Und wie gesagt, wir sind so heftig gute Freunde. Und ohne Hütte jetzt noch... Leute, und wir sind auf dem Weg zu den 70 Abos, deswegen macht mal auf Ehre... Lasst mal auf Ehre ein Abo da, weil das würde mich freuen, das würde Simon freuen. Ja, das ist immer noch ein Kanal ohne Videos. Ja, das ist immer noch ein Kanal ohne Videos. Ja. Können wir das jetzt öffnen, Leute? Ja, das ist so. Also, ihr könnt auch sein Video... Ja, sie haben da keine Videos. Ja, Mann! Ja, Mann! Ich bin obermach. Okay, sie haben... Warte, sie haben... Ja, 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 sie haben... Warum soll ich sie verlinken? Leute, von mir aus dann... Er hat keine Videos, aber ihr könnt doch trotzdem mal gern ein Abo da lassen. Einfach... Ich... Ich hab' mir zu meinem Bruder... Er hat keine Videos, er wird doch keine Videos machen, aber Leute... Lasst doch auf Ehre doch einfach ein Abo da, oder? Komm! Leute, einfach auf Ehrenbasis, okay? Schaut bei ihm vorbei, ich verlinke ihn in der Videobeschreibung. Der erste Link in der Beschreibung, Leute. Oder eigentlich sagen wir das... Weil da vorkommt, Aufnahme und Videobearbeitung, und ja. Ihr wisst geschaut, Leute, deswegen... Du mit den Videoaufnahmen, ich hab' noch gar keine... Ja, 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 ich, ich... Ja, ich hab' ich aber noch mal... Ja, ich hab' ich... Oh, jetzt, kordern... Nein! Hast du's! Let's go, Leute! Das war doch mal wieder super! Also... Ich find's irgendwie mega... Ich find's irgendwie mega cool, so. Ich find's irgendwie... Irgendwie guckst du komisch aus, aber... Ey, sowas hasst man nicht, trotz mir. Mein Smiley, Leute. Was für ein Smiley? Mach' ich ein Lach-Smiley, oder? Ich hab' mir nicht mal überlegt, was ich für ein Smiley mache. Du hast eine Hose! Ja, eine Hose! Wie soll das ausgucken? Ja, eine Hose für dein Gesicht. Gibt ihr denn? Gibt dir vielleicht eine Hose in dein Gesicht? Gibt dir vielleicht eine Hose in dein Gesicht? Ich hab' ja eine Hose. Also, wie gesagt, wir probieren meinen Bruder aus von... Ja, aus King. Und ich probier' auch von 20. Also, wenn die in diesem Video schaffen. So, Leute. Manchmal nervt mein Finger so in der Felschen. Ja, man nervt der Tisch. Aber, Leute. Es stört mich, ihr Riesen. Wir haben es mal nie. Also, Leute. Ich hoffe, ich gefällt euch nicht mal. Wie, weil... Ich find's cool. Mord zu springen! Mord zu springen! Ich bin doch nicht. Ich hab' noch den Riesen, die ich jetzt habe. Ich hab's nicht erst. Ich hab' noch den Riesen. Das reicht hier nur. Mord zu springen! Ah ja, Leute. Wie gesagt. Es ist halt irgendwie das Einzige. Ich hab' halt das noch gefehlt, Leute. Einfach so. Facecam. Und ich mach' halt einfach ne Smiley, Leute. Es ist doch... Es ist ja eine Facecam. Ja, Leute. Es ist ne Facecam. Aber wie gesagt. Ich möchte dich halt nicht so zeigen. Und wenn du... Vielleicht mach' ich dir auch mal ein Smiley hin. Wenn du mal auspasst, wobei schau'st. Mein Facecam. Dann geht's gleich rein. Dann geht ihr zu netto, Leute. Sollen wir mal was machen? Soll ich das nicht machen? Soll ich das nicht machen? Nein. Okay. Ja. Es sind einmal Drei. Soll ich das nicht machen? 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 Ich finde, Leute. Wie gesagt. Ich kann halt so ne Facecam. So ne richtige Facecam. Die Geld kostet. Ich kann die leider nicht kaufen. Hab eins. Soll ich die Leute. Das kostet halt echtes Geld. Und auf echtes Geld habe ich keinen Bock. Deswegen muss ich leider nur die Facecam von meinem Handy nehmen. Deswegen, Leute. Bitte seid nicht sauer auf mich. Aber ich möchte einfach... Wie gesagt. Ich gebe kein Geld auf mich. Das würde ich voll gern. Aber es ist halt... Was soll ich sagen? Unnötig. Es ist halt einfach unnötig. Leute. Also bitte verzeiht mir. Nein. Das ist nicht unnötig. Ja. Aber Leute. Ich finde wie gesagt. Die Facecam geht auf. Also. Wie gesagt. Ich möchte einfach alles machen. Damit es euch... Ja. Damit es euch auf meinem Kanal gefällt. Ja. Let's go. Leute. Ich glaube. Ich beende doch das Video. Weil wir haben jetzt schon 8 Minuten dabei. Deswegen. Simon soll ich beenden? Ja. Noch 2 Runden. Noch 2 Runden. Warte. Ja. Eine Runde bis 2 Runden gehen nach. Leute. Mein Auge juckt. Zählt ihr das dann mit Smiley? Scheiß dran. Also Simon. Du hast 2 Runden. Seitdem habe ich eine Aufgabe fertig. Und da bist du in der Box. Also Leute. Ich glaube. So. Dieses Format ist auch cool. Den Livestream. Ich würde leider kein Facecam gehen. Weil. Ich kann nicht unter dem Livestream das Video bearbeiten. Aber das wäre cool. Ja. Das wäre cool. Wenn du unter dem Livestream auch Facecam halt mitzumalden. Die genere geht es leider nicht. Wie gesagt. Ich streame über Mobizen Live. Da geht sowas nicht. Das ist nicht so ein Hightech Livestream Programm wie sonst was. Das wisst ihr. Aber ich habe jetzt wieder mein altes Aufnahmeprogramm wie ich nur bieten. Und da gibt es auch einige. Uh. Ernst. Nein. Leute. Nein. Nein. Halt. Stopp. Halt. Halt. Stopp. 47 gemobbt. Der muss schnell weg. Der kleine Keck. 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 Danke Leute und ich habe jetzt auch ein neues Intro. Wie gesagt, den müsst ihr mal reinschreiben. Es ist eigentlich das gleiche, Leute, aber es ist halt, wie soll ich sagen, es ist halt, ja, es hat einen anderen Rhythmus. Leute, einen anderen Rhythmus und es ist ein bisschen defekt, glaube ich, das sind eine andere Schrift. Also Leute, schreibt mir, ob euch das besser gefällt. Oder das andere? Fache. Nein! Ja, okay, Leute. Ich glaube, ich beende jetzt erst... Ja, das sieht man gut. Also ich glaube, ich beende jetzt auch das Video. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst... Ich habe... Ich mache nur noch eine Box. Ja, okay. Öffne meine Box. Also Leute, wenn ihr mal wieder so etwas sehen wollt, vielleicht mache ich so etwas mal wieder. Also Leute, ähm, ja, ich glaube, beendet doch das Video. Wie gesagt, ich habe ein neues Intro. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Bis gleich wieder. Ciao! Au!